wie auch so das Leben dass wir meine Frau hier sind ganz ganz viele Trümmer da oben links ist Buche und so auch langsam zu nah an meinem Land ich gehe von der oben links ist ein Buch und Segen Platz aus hat kürzlich magischer Kraft ein paar Spinnen an diesen Ort gebunden sie könnten uns von gutem Nutzen sein Kohn zur EU-Wohn komm schnell wir haben gerade die Angriffsgeschwindigkeit warum bringt nichts nach unten hier weil ich will nicht den richtigen Weg gehen das war kundenfertig und geh halt den falschen Weg die Kirche es schmerzt nicht zugeben zu müssen dass unser König und das und bis mal noch erkunden in der Hand sind zu unterscheiden ja auch die Katastrophe und konstrunden Schöpfungen es gibt die Schuss auf den Runden lässt keine Einwände zu vielleicht haben die legendären Uralten selbst dort ein Sprecher doch nun müssen die Runden entfallen ich fahrte eben auf dich ne wie viel um von einem Level Hasselform mir fehlt nur noch ein Balken also anderthalb oh du hast mehr warte mal wie viel Erfahrung habe ich eigentlich also plus ähm oh hier ist eine Spinne Bonus EP 18 wenn ich das richtig gesehen habe du kriegst noch mehr als ich Bonus ja aber du hast schon vorher ganz viel Bonus ich krieg einen Bonus von 11 aber wir sind Gegner warum geht noch weiter hier sind nicht so viele Gegner was kein Bock dich zu machen warum nicht wie gesagt kein Bock das Spiel ja ey wenn du wenn man niemand hat der hinterher läuft und das macht ist alles gut ich will eben das erkunden der Kunde das Spiel geht darum Monsters zu töten wow hier war nichts aber unten geht es auch noch weiter ja da bin ich so hoch ich kann deine ich kann deine Stelle auch nichts okay wow ich bin trotzdem schneller was ist denn cool dann hat er eigentlich dein äh springen weiß ich nicht äh äh na ich setze denn immer ein welcher einsetzen kann oh oh eier sack du sack weiter immer tiefer hinein ich glaube schon 3 Bim muss hinter mir herlaufen die aber kein Damage machen und die soll jetzt machen die kein Damage gegen die Spinnen hm oh jetzt kommt noch Spinner ja ich weiß aber nicht wollte ich aber bin ich gerade vorhin weggerannt ich habe keinen Bock hat irgendwas auszulösen okay warte ich muss hier eben kratzen so ja weiter geht's ja ich bin blau ja Stormpfell ach gut schlechter Punkt das annehmen so war es gut so kann man von Königin aus deinem oder aus ich glaub schon nein sie saugt ihren Opfern die Gedäme auf dem Körper cool nein ich will nicht nein ist das ein Boss ja ein böser Boss ok das geht doch das ist einfach als dieser König du musst einen auf die Fresse kriegen dann ist es nicht mehr so einfach Julian hat dich ja nicht gefokust er hat meine Hunde gefokust und mich so so ist er auch einfach so kommt nie wieder raus ich kann sie auch sehen ja mehr und jetzt Leben gesorgt ist doch viel während des ganzen Kämpfers von gerade eben finde ich es nicht so gut vielleicht und und gleich haben wir sie down ja die geht aber noch einmal oder ne ne wir schaffen die noch und wahrscheinlich wollte ich wollte ich wollte sich schrunk töten zwei gelbe Sachen ein gelber Ring warte ich guck mal eben seltene Handschuhe neues Wissen identifizieren ich habe Handschuhe mit elf Intelligenz die haben angriffsgeschwindigkeit nahkampfangrefe fünf mehr erfahrungen hier kommst du mir wo bist du wo bist du hier unten in der Spinde drin ah nice hier danke und hier brauchst du eine Hose mit oh viel besser obwohl die Hose hat 17 Vitalität die brauch ich selber und Dämonenjäger ja nun noch jetzt war er zwar sieben Intelligenz also was aber die hat um die Böste und siebste die Drossmucke läuft noch ja komm los ich habe sie zu einem dämen jetzt warte noch was ist hier was ist das weiß ich nicht ich hab's berührt Karin warte noch eben ich kann noch irgendwas ausrüsten oder ähm können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen es ist ja das ist die eine die ich glaube diese sie ist wir können auch verlassen ach so nun spricht mit Karin immer noch keine Wörter Köln zurück die Schwingen ich suche einen Mann der vom dunklen Zirkel entführt wurde der Zirkel ich habe gesehen wie sie jemanden in der Anwesen hineinzerrten vielleicht könnte es der Mann gewesen sein nachdem ihr sucht äh es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen dorthin zu gelangen glaube ich nicht ich bin nicht stolz darauf aber ich habe den Staat zu dem Mann der Kassler gestohlen daraufhin sind die Kassler durchgetreten und haben mich bis zu diesen Höhen gejagt wir können den Staat in meinem Wagen im Hochland finden was ist dann Porsche oder Cabrio oder Ferrari ich bin die Stadt müssen es für Lambodin umgekommen auch ich stehe ja nur hinter dir habe ich gesehen du siehst du weil sie selber so aus wie sie sind ich bin der der ich bin auf dem Wohnsbord du siehst du selber so aus wie ein Gegner so richtig hässlich ja danke ich weiß Schlagkrieg ist für ein Mensch aber brauchen wir mann meine ähm meine was ist das ähm mein Inventar ist voll können wir eben zurückgehen ja warte das ist sowieso ein Portal hier können wir direkt am Wegpunkt zurückgehen oh oh Stufe 13 boah neues Wissen mein Gepäck ist voll okay mein Gepäck ist voll mhm 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 ja und erst mal wieder alles zerstören richtig das brauche ich nicht mhm das brauche ich nicht das brauche ich nicht gelbes Item für Dinger brauche ich nicht oh das nicht das nicht okay jetzt gehe ich jetzt mal verkaufen noch oh mit WSD kann man nicht laufen oh meiner steht wieder stehen geblieben gerade und so und so und so die machen zwar Schaden die Waffen die hier finden na wir sind alle zwei Handwaffen und wenn du dir so überlegst dann machen wir die Einhandwaffen zusammen mehr Schaden weiß ich nicht du gehörst ja genauso schnell wenn du wächst ist ja immer deine Waffen ja und sogar ist einmal mit der Lenken und dann mit der Rechten mhm gut nö klar so schon ein bisschen ausgewogen ich habe wieder ganz viele Dissenzen ja ich auch aber ich will nichts herstellen jetzt ich brauche nichts herstellen ich habe was vergessen um zu verkaufen ich möchte erstmal wieder verbessern den Schmied dass er aber da was er wieder bessere Dinge drin hat und ich will erstmal ein höheres Level kriegen ich weiß nicht mehr ich habe erst 3.000 ey man kriegt so wenig Geld zusammen ja warte ich hab 4.000 hatte ok der noch einmal noch einmal ausbilden und dann hat er neue Stufe ja aber der hat schon neue Sachen Kettengürtel das Adept 4.26 ja ja und er hat neue Waffen auch Weiber das Adept Verhexen Doktor welches selber hat er denn bei dir Stufe 3 ah hat er bei mir auch aber ich hab den ein bisschen ausgebildet er kriegt er kriegt auch wenn er kein vorlesen Level hat Sachen neu ha er kriegt auch wenn er nicht ganz auch wenn er kein ganz neues Level hat dann kriegt er neue Sachen und Schocker ich hab richtig viele Sachen Hexen Doktor brauche ich gar nicht wollen wir gehen? äh ja boh wir haben so viele Punkte schon tja es geht ich werde noch einige nein das werden noch einige mehr ja genau 13 ähm Spalten ich kann sie wieder verbessern toll brauche ich nicht ich will spalten dann kann ich geworfen ok aber tut mir Geld egal ich kann nichts machen ich kann mein Skill ey hör auf das äh Spam ein Ding erfolgt oh das ist noch viel ich kann einen Baukopf oder können sie viele ne 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 du bleibst schon hier hey was hab ich denn alles neu bekommen passive Fähigkeit freigefaltet ah naja ein Baum hm 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 das ist eine Neu mit einem Buch Opfer hier ist eine Neu mit einem Buch ja ist heute menschen es war nicht mehr heute jedoch nicht einmal mehr so ist es noch gibt es mal nee wo genau ist das buch in der truhr mit der fahrer vorbeigelaufen so weit wurde ich nach hinten geschmissen war auf seine früge zu werfen späme lieber ein rechtsblick so warte ich hab ganz viele neue dinge bekommen trommel ja besserer am schienen ich auch anziehen kann warum verpiss dich du bist schlecht und das episch gestorben warte ich hab noch einen skill ach so bist du auch lebe was denn guck mal du kannst dich explodieren lassen ja wie gemein ist das denn was wir erstmal hier erkunden hier ist nämlich ein toter dörferwohner das ist so gemein ey er hat was blaues bei mir da leben die erstmal kurz und dann sterben die wieder direkt ok der ist nicht gut dass ich glaube dass er hat aber das lohnt sich nicht es lohnt sich kein bisschen so langsam wieder cooldown ist opfer geht wieder zu das doch wieso kannst du dann explodieren lassen zu cool oder von ein da kommt der cool da und von den hunden ist zu groß das würde sich nicht so jetzt wäre so eine wilde bestie ich kann von hier aus dem baum angreifen ich bin geheilt geil ich hoffe ich will das ständige schmerzen bewerfen hm so lass mal nach oben gehen warum ok warte ich komm wir sollten gemeinsame kunden ist besser da musste ich immer der eine irgendwo hinlaufen wenn der mit der andere eine spur gefunden hat da war einfach nach vorne nein die sind uns in ständigen standbilder regen mich auf einfach mal Hör auf auf seinen trommel rum zu spielen so und ecki aber der obstruhe egal scheiß was wir scheiß was die viecher oh scheiß truhe